Hallo ihr Lieben und herzlich Willkommen zum zweiten Tag und zur zweiten Folge von MMM, Martins Messe Moments von der Leipziger Buchmesse 2017. Gestern konnten wir ja schon die Lesung von Markus Heitz bewundern. Heute geht es jetzt richtig los mit der Buchmesse und mit ganz vielen tollen Messemomenten. Bevor wir aber richtig starten, zeige ich euch erst mal, womit ich für die gute Verpflegung zwischendurch gesorgt habe, denn ich finde gesunde Ernährung ist besonders auf der Buchmesse ganz ganz wichtig und deshalb zeige ich euch jetzt mal, was ich dafür getan habe, dass alle Blogger, die mich treffen, sich richtig gesund ernähren können. Ich habe gerade jede Menge Mini-Goodie-Bags zusammen getappert und wenn ihr mich heute auf der Messe oder überhaupt die Tage auf der Messe anspricht und mich seht, dann könnt ihr natürlich eine bekommen, weil die liegen definitiv nicht in der Blogger Lounge rum. Da Ernährung auf der Buchmesse natürlich ganz wichtig ist, gibt es diese kleinen Bären heute gemeinsam mit meinem Lesezeichen hier und ja, wie gesagt, wenn ihr eins haben wollt, einfach Bescheid sagen. Ich werde sie nicht irgendwo hinlegen. Normale Visitenkarten und Lesezeichen? Normale Visitenkarten und Lesezeichen, die wird es allerdings bestimmt in der Blogger Lounge oder bei dem einen oder anderen Stand irgendwo geben. Ja, ich freue mich jetzt auf jeden Fall schon mal auf den Tag und bis später dann. Ja, und nachdem jetzt für die Ernährung gesorgt ist, zeige ich euch, womit ich mich am ersten Messetag so beschäftigt habe. Erfahrungsgemäß ist ja der Donnerstag immer so ein Tag oder auch in Frankfurt ist das ja der Mittwoch, wo man sich immer erst mal so eingewöhnen muss, wo man wieder erst mal ankommen muss und sich zurechtfinden muss und so weiter. Und ich habe mich sehr gefreut, dass ich bereits zur Lesung von Markus Heitz schon mit Patricia Kessler sprechen konnte, vom Verlag Trümmer und Knauer. Und die hat mich dazu eingeladen, unter anderem mich, also auch natürlich Katha und Svenja, bei ihrer Vorstellung der Neuerscheinungen vom folgenden Programm in diesem Verlag teilzunehmen. Dort haben wir ganz viel über die Bücher erfahren. Sie hat mich allerdings auch darum gebeten, nicht zu filmen, sondern nur Fotos zu machen, was ich natürlich sehr gern beherzigt habe. Diese Fotos, die zeige ich euch jetzt. Ihr werdet natürlich den Text jetzt nicht besonders gut lesen können wahrscheinlich. Ich habe aber in der Infobox die Homepage vom Verlag gestellt und ich werde auch, wenn möglich, die einzelnen Bücher verlinken. Falls ich das noch nicht machen kann, weil es die Links noch nicht gibt, dann werde ich die später noch einfügen. Und dann könnt ihr euch natürlich ganz genau anschauen, was es da zu sehen gibt. Unter anderem auch wieder ein Buch von Markus Heitz, denn seine Reihe, muss man ja schon fast sagen, Vedora geht in die nächste Runde. Es gibt Teil 2. Ob es noch Teil 3, 4, 5, 7, 8 und sonst wie weiter gibt, das weiß ich natürlich nicht. Das müssen wir einfach abwarten. Aber jetzt gibt es erstmal Teil 2 und darauf gibt es auch einige Hinweise in den folgenden Clips. Ich wünsche euch erstmal viel Spaß mit den folgenden Ausschnitten vom Trümmer und Knauer Verlag. Viel Spaß! So, wir sind jetzt akkreditiert und wir sind jetzt in der Messe drin und jetzt kann es richtig losgehen. Und Katha ist auch mit dabei. Ich wollte Hasenohren machen. Tja, das ist jetzt zu spät. Wir sind jetzt bei Trümmer hier am Stand und erfahren gleich einiges Neues über die Neuerscheinungen, die demnächst noch so kommen. Dabei darf ich leider nicht filmen, ich darf nur Fotos machen. Aber da nehme ich euch dann natürlich per Foto mit. Ja, ich hoffe. Ja, danke. Natürlich waren wir auch so noch ein bisschen auf der Buchmesse unterwegs. Was wir dazu gesehen haben, das zeige ich euch jetzt und wünsche euch ganz viel Spaß damit. Ich sitze hier schon mal in einer schönen Runde. Hier ist Kata, hier ist Svenja. Ich durfte gar nicht finden. Also, alles gut. Wir machen jetzt gleich noch Selfies mit Markus Heitz. Jetzt haben wir uns schon einen schönen Hintergrund rausgesucht. Da ist er. Und mal sehen, ob jetzt ein paar gute Fotos zustande kommen. Das Schöne an Leipzig, beziehungsweise an der Leipziger Buchmesse ist ja, dass man jeden Abend auch richtig viel erleben kann, weil die ganze Stadt dann einen schönen Tag ist. Und wenn man pünktlich an den Orten, wo die Lesungen stattfinden, dann auch angekommen ist, dann kann man da richtig was erleben. Am Donnerstag im Theaterhaus Schiller haben wir es gerade noch mal so geschafft. Am Freitag sind wir im Landgericht leider etwas spät gewesen. Allerdings dazu gibt es dann morgen mehr, heute geht es ja erst mal um den Donnerstag. Wir waren in besagtem Theaterhaus Schiller und haben dort die Lesungen vom Fantasy-Leseabend mitverfolgt. Unter anderem Markus Heitz, Kai Mayer, Alena Falk und so weiter und so fort. Und dazu gibt es jetzt ganz kleine Ausschnitte. Und wen allerdings interessiert, was die einzelnen Autoren so zu erzählen haben und wie sie ihre Bücher vorstellen, dem würde ich empfehlen, nach den Messeberichten immer mal hier reinzuschauen, denn dann wird es ausführliche Ausschnitte geben. Ich habe nämlich bei jeder Lesung ca. 5 Minuten mitgefilmt und werde dann natürlich zu jedem Autor einzelne Videos machen, die ihr dann in den nächsten Wochen immer mal hier finden könnt. Ja, und jetzt wünsche ich euch erst mal viel Spaß mit einer kleinen Zusammenfassung vom Fantasy-Leseabend und wir sehen uns dann gleich noch mal wieder. Ja, ich habe sehr lange überlegt, was ich heute Abend lesen soll und was ich so erzählen soll. Und mir wurde gesagt, dass es die Leute immer am meisten interessiert, wie so ein Buch entsteht und wie der Schreibprozess ist. Also man will eigentlich in den Kopf des Autors gucken. Ja, ich glaube, wenn die meisten Leute wüssten, wie es in unseren Köpfen aussieht, würden sie das nicht sagen. Ich verrate das auch meistens nicht, aber die Leute, viele Leute, die heute hier sind, kennen ja diese dunklen Abgründe sehr gut, die in unserer Seele lauern. Und deswegen gebe ich heute mal einen kleinen Einblick. Also wenn jetzt noch jemand gehen möchte, so die letzte Chance wäre es jetzt. Und ja gut, also bei mir wird es auch nicht so schlimm. Ich bin ja nicht George R. R. Martin, auch wenn manche Leser mir das manchmal vorwerfen. Vor allem die, die mein geheimes Motto kennen. Das ist wie gesagt geheim, das verrate ich jetzt auch nicht. Heute verrate ich es mal. Und zwar ist mein Motto, nur ein toter Love and Trust ist ein guter Love and Trust. Das mache ich auch immer als erstes, wenn ich ein Exposé für einen neuen Roman schreibe. Ich bringe als erstes mal den Mann um. Da kann man auch eben einfach die Frau im Liebesroman am allerschönsten quälen, wenn man erst mal den Mann umbringt. Natürlich macht man es sich oft ein bisschen zu leicht, wenn man Figuren tötet. Das ist manchmal so der leichteste Ausweg und nicht so elegant. Und vor allem kann man das auch nicht in jedem Buch machen. Also ich kann jetzt nicht in jedem meiner Romane immer den Love and Trust umbringen. Deswegen ändere ich das dann meistens wieder. Bei Sternensturm habe ich einen ganz besonders guten Love and Trust, der ist nämlich von Anfang an tot. Wie Alana quäle ich natürlich meinen Charakter auch gerne. Ich glaube, das gehört einfach zum Autor dazu. Ich habe jetzt in dem Buch nicht die Option, dass ich vielleicht den Love Interest am Anfang sterben lassen kann oder dunkle Höhlen habe, wo ich meine Brotas einfach abseile mit nichts, was ums Leben geht. Dafür hat meine Hauptprotagonistin Alba das Problem, dass sie eine Muskelschwäche hat, die sie doch ihr Leben lang relativ viel ans Bett bildet und am Boden. Wodurch ihr Traum entstand, dass sie fliegen möchte, einfach um diese Schwäche zu überwinden und wegzukommen von dem Boden, der sie festhält. Bis jetzt war Albers Leben eigentlich relativ ereignislos. Klar, sie bastelt ihre Flügel und so weiter, aber das ändert sich jetzt. Und zwar nicht für Alba, sondern die ganze Stadt Ischstedt, ein Stadtstaat, wo jetzt was passiert. Für einen Moment erstarrt das Heulen des Sturms und in die Stille hinein erklangen die seit Jahrzehnten verstummten Glocken. Alba ließ Aale und Ledergurt auf den Tisch fallen, sprang auf und eilte zum Fenster. Krieg war das erste, das ihr durch den Kopf schoss, aber die Beziehungen in Ischstedt zu den Nachbarstaaten waren ihres Wissens gut. Vielleicht war die Teigen nach all dem Regen über die Ufer getreten. Dann fiel ja die Ursachen der letzten Katastrophe. In das Teufelsgebietbuch ist jetzt ja ziemlich klar, dass es um Kartenspiel geht. Und der Ansatz war für mich ziemlich einfach. Im Grunde, das wissen wir alle, die Geschichten erzählen, war irgendwie alles schon mal da. Und die spannende Frage ist, wie finde ich was, was die Leute zwar kennen, aber so noch nicht gesehen haben. Und ich sage so, rumspiele Karten und da bekam mich der spontane Gedanke, wo kommt das Kartenspiel eigentlich her, historisch betrachtet. Ich habe mal Geschichte-Germanistik studiert, das muss man nicht machen, Bücher zu schreiben. Also jeder kann das mal so machen, das muss man nicht. Aber das Schöne ist, man lernt beim Geschichtsstudium immer zu der Frage, wo kommt was her. Und ich habe mich gefragt, wo kommt das Kartenspiel her. Und im Vorfeld des Buchs habe ich immer so einen Test gemacht bei den Zuhörern. Wer spielt Karten? Jo, haben sich 99,9% gemeldet. Egal, ob man auch kann. Nasta, Britsch, Omi, Quartett, Magic. Ist auch ein Kartenspiel. Also völlig schmutz, Hauptsache Karten. Und als ich die Frage gestellt habe, weiß ich mal, wo das Kartenspiel herkommt, historisch. Hat sich keiner gemeint. Ich wusste auch nicht. Habe ich denn schlau gemacht? Ja. Ich habe, als ich eben gehört habe, wie die Reihenfolge des heutigen Abends ablaufen wird, mich dem Schicksal ergeben nach Markus Heitz gelesen. Ich gebe mir aber trotzdem Mühe. Ja, ich würde gerne etwas aufnehmen, was Natalia während der Verleihung des Bedarf schon erwähnt hat. Nämlich, dass Literatur, sei es jetzt politischer oder fantastischer Natur oder ganz anderer, eben in vielen Ländern keine Selbstverständlichkeit ist. Dass es ein Gut ist, dass wir uns bewahren müssen, für das wir kämpfen müssen und dass auch die Freiheit von uns ausdrückt. In meinem Roman Die Silberne Königin geht es genau darum, nämlich, dass wir uns in einem Land befinden, einem mittelalterlichen Land, in einer Winterwelt gefangen ist. Und dort ist es eben nicht selbstverständlich, frei zu sprechen, Geschichten zu erzählen, Märchen zu erzählen. Und wir beginnen mit einer meiner Protagonistinnen, Madame Weltfrem, die in dieser Stadt lebt, dort eine Schokolaterie besitzt, aber eigentlich, und das wissen nicht so viele Leute, ein Geschichten zu erzählen. Schönen guten Abend. Von hier vorne sieht man überhaupt nicht, wie viele Leute hier sitzen. Also es könnten jetzt zehn sein oder es könnten, wer sagt, es könnte folgen, ah. Ja, schönen guten Abend. Ikone der Sterne habe ich mitgebracht. Das ist ein Buch, das ich schon sehr, sehr lange schreiben wollte. Es ist wirklich ein Herzensprojekt, es ist total nostalgiegesteuert. Es ist ein Science-Fiction-Roman, den wir aber nicht, also wir heißt der Verlag und ich, nicht Science-Fiction genannt haben, sondern Space Fantasy. Und da gab es schon die Ersten, die gesagt haben, ah, das ist wieder so komisches Marketing-Deutsch, um es halt den Fantasy-Läsern zu verkaufen und so weiter von wegen. Space Fantasy ist ein Begriff aus den 30er Jahren, tatsächlich, aus den amerikanischen Palps, aus diesen Groschenheften, die es damals gab. Und aus diesem Begriff wurde dann später das deutlich bekanntere und griffigere Space Opera. Space Opera ist quasi ein Unterbegriff der Science-Fiction für sehr exotische, sehr abenteuerliche Science-Fiction, also in der es gar nicht um Wissenschaft geht, um Physik und all diesen Kramen, den manch einer mit Science-Fiction verbindet, sondern in der es wirklich nur um buntes Abenteuer geht, um Action und irgendwelche Dinge. Also Star Wars ist natürlich die bekannteste Space Opera überhaupt, aber es gibt natürlich tausende andere. Und ja, ich hatte lange vor, sowas mal zu schreiben. Nun ging es der Science-Fiction in Deutschland viele, viele Jahre nicht besonders gut. Also das heißt, die Science-Fiction-Autoren haben, viele Science-Fiction-Autoren haben in Deutschland nicht mehr sehr viele Bücher verkauft. Die Programme der Verlage wurden immer kleiner und ich hatte so ein bisschen ein schlechtes Gewissen zu meinem Verlag, zu sagen, ich schreibe jetzt mal sowas, das wird zwar keiner kaufen, aber ich will halt. Und ja, das hat sich aber in den letzten Jahren ein bisschen geändert. Ja, ihr Lieben, das war der Donnerstag auf der Leipziger Buchmesse. Das war die zweite Folge von MMM zur Leipziger Buchmesse 2017. Ich hoffe, ihr hattet auch heute wieder Spaß, habt gern reingeschaut. Und wenn ihr wollt, könnt ihr gern morgen noch mehr sehen. Dann folgt nämlich der Freitag. Dann erzähle ich euch, was wir gemacht haben, weil wir nicht ins Landgericht gekommen sind. und demzufolge die Lesung von Sebastian Fitzek verpasst haben. Falls ihr da neugierig seid, was unser Ersatzprogramm war und das noch nicht bei Instagram mitverfolgt habt, dann schaut einfach morgen wieder rein und dann gibt es dazu Hinweise. Ich wünsche euch jetzt erstmal noch einen wunderschönen Abend, einen schönen Tag, einen guten Morgen, was auch immer, wann ihr dieses Video seht. Ich hoffe, wir sehen uns bald wieder, wünsche euch noch was und sage Tschüss und bis bald.